Bei mir jetzt der Veranstalter des Einhornspringturniers aus Seefeld, Jürgen Süßmann, selber ein Nationenpreisreiter aus Deutschland. Er ist mit Brigitte Brömer für dieses Turnier verantwortlich. Er ist auch der Trainer von Brigitte Brömer und ich möchte jetzt von dir wissen, Jürgen, ein kurzes Resümee von dieser Veranstaltung. Dankeschön. Jetzt erstmal, ich bin nur Mitveranstalter, die Brigitte macht, einen Großteil der Arbeit und wir sind sehr zufrieden. Wir haben ein super Team, ein kleines Team, aber wir haben wie ein Zahnrad funktioniert. Also die Veranstaltung, ich als Veranstalter, ich bin parteiisch Mitveranstalter, aber ich glaube, dass jeder zufrieden war und dass wir alle Wünsche erfüllt haben, soweit wir konnten und es ist gut gelaufen. Unfallfrei, Gott sei Dank, einen kleinen, aber da sind wir alle drüber weggekommen. Ja gut, das ist natürlich sehr fein, dass ein Turnier ohne große Probleme abläuft. Wird es eine Wiederholung nächstes Jahr geben? Bestimmt, wir sind am Planen schon nach dem Turnier, vor dem Turnier. Wir versuchen das wieder so schön aufzuziehen und sind jetzt eben am Vorbereiten schon oder am Vorplanen, dass die Termine stimmen etc. Das schauen wir. Bist du mit der Auslastung des Turniers auch zufrieden? Wir sind sehr zufrieden. Wir sind von der Kapazität, von den Boxen jetzt ausgelastet. Wir hatten dieses Jahr nochmal einen großen Zuwachs zu letztem Jahr. Startmäßig durch den Regen jetzt am letzten Tag etwas rückfällig, aber es geht gut. Mehr wollen wir eigentlich nicht, weil es soll doch schön bleiben und nicht aufgrund der Qualität darunter leiden. Fein, dann ein erfolgreiches Plan in der nächsten Saison. Dankeschön, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.